Herr Bundespräsident, die Preisträger des Jahres 2024 stehen fest. Durch deren Projekt sollten unsere Straßen sicherer werden. Was sagen Sie zu den neuen Preisträgern und Ihrem Projekt? Ich kann vorab erst mal sagen, es war selten so schwierig wie in diesem Jahr. Ich glaube, jeder, der heute Nachmittag bei der Vorstellung dabei war, hatte einen eigenen Favoriten. Und ich hätte nicht sagen können, wer hier gewinnt, ob KI oder Lichttechnologie oder Strommanagement. Beides interessant, beides wichtig, beides wichtige oder alle drei wichtige Fortentwicklungen, Innovationen für die Zukunft. Aber die Jury hat entschieden und sie haben es selbst gesehen. Es ist eine begeisternde Fortentwicklung. Und ich habe eben auch dem Vorstand gesagt, ich bin auch dankbar dafür, dass Vorstände manchmal gute Nerven haben, Geduld haben, bis solche Entwicklungen praxisrelevant sind. Verraten Sie uns, wer Ihr Favorit war? Das werde ich nicht sagen, entsprechend der Praxis der früheren Jahre. Aber ich glaube, dass alle drei nicht nur vorzeigbar, sondern auch preiswürdig waren, wie ich überhaupt der Meinung bin. Es ist schade, dass wir nur drei zeigen können, weil diese drei stellvertretend für viele andere sind, die es auch verdient hätten. Wir haben sie heute ja auch nachdenklich erlebt. Sie haben gesagt, ja, wir brauchen diese Innovationen. Was wir aber auch brauchen, das ist eine Aufbruchsstimmung. Das ist eine bessere Stimmung in dem Land. Wie meinen Sie das? Ich glaube, es ist gar keine Frage mit Blick in die Welt, mit Blick auf das eigene Land, dass wir im Augenblick schwierige Zeiten haben, dass es schon mal einfacher war in der Vergangenheit. Aber mir hilft auch meine Erfahrung als Lebensälterer vielleicht, dass wir nicht zum ersten Mal in krisenförmigen Situationen sind, dass wir nicht zum ersten Mal Krisen überwunden haben. Und deshalb rate ich dringend dazu, jetzt nicht in einen Wettbewerb von Mutlosigkeit und Schwarzmalerei einzutreten, sondern den Blick nach vorn zu richten, uns auf unsere eigenen Stärken zu besinnen und aus diesen Stärken wieder Zuversicht zu gewinnen. Und es gibt Anlass zur Zuversicht. Wir haben gute Universitäten und Forschungseinrichtungen. Wir haben neugierige Forscher und Forscherinnen. Wir haben großartige praxisnahe Fachhochschulen und technische Universitäten. Wir haben vor allen Dingen viele junge Leute und eine gute Berufsausbildung. Und aus all dem, aus dem Zusammenspiel all dessen, entsteht dann so etwas, wie wir es her heute Abend beispielhaft in den drei Teams gesehen haben. In diesem Sinne einen schönen Abend. Vielen Dank, Herr Bundespräsident. Dankeschön. Vielen Dank. Wiedersehen.